Der DAX auf dem Weg nach unten, aber das ist eine ganz normale Bewegung, die wir jetzt im Moment haben. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, ein bisschen ein Rücksetzer. Das wäre das, was dem Markt jetzt durchaus typisch wäre, eine normale Korrektur. Solange die 16.000er Marke nicht angegriffen wird, ist alles erstmal safe. Und wir haben vorläufig weiterhin das bullische Bild. Übrigens, bevor Fragen aufkommen, weil viele sich dann natürlich fragen, jetzt redest du über die Abwärtsseite, das ist normal. Vor kurzem hast du noch gesagt, die 18.000, naja, die wird ja nicht auf einmal erreicht. Sondern da gibt es zwischendurch immer wieder Pausen. Und solange wir über der 16.000 bleiben, ist das Bild vorläufig auf einem relativ direkten Weg unterwegs. Durchbrechen wir die 16.000, dann wird es deutlich länger dauern. Dann wird die Pause eben ein bisschen größer ausfallen. Wir haben es aber die letzten Tage häufig genug schon mal angesprochen. Nur ganz kurz für diejenigen, die es bisher verpasst haben. Also nach dieser Bewegung, die wir hier hatten, jetzt hier so eine kleine interne Bewegung, jetzt wieder mal eine Pause. Irgendwie sowas in der Art. Solange wir vielleicht 16.100, das wäre jetzt eine Marke, vielleicht dann später ein bisschen tiefer nochmal. Solange wir oberhalb der 16.000 bleiben, alles erstmal safe. Und wir wären weiterhin auf diesem Weg. Aber selbst auf diesem Weg nach oben wird das nicht in einer Linie nach oben geführt. Sondern selbst da wird es dann früher oder später wieder größere Rücksetzer geben. Kleiner als die ganz großen, aber größer als die jüngsten Korrekturen. Was allerdings, solange die korrektiv sind, ebenfalls Zeichen für nach oben sind. Wer diese Korrekturbewegung nicht aussitzen mag, der ist genau das, was wir Trader eben sind. Nämlich wir sagen dann, okay, jetzt ist der nächste Rücksetzer, da gehen wir dann mal raus. Machen wir nachher wieder die Position auf, wenn wir diese Korrektur überstanden haben. Und dann uns wieder Long triggern. Wer sagt, ganz so aktiv will ich nie sein, kann ich nie sein, habe ich keine Zeit zu, keine Lust, was auch immer. Die Motivation ist, der muss halt damit rechnen, dass solche Bewegungen sind und die aussitzen, in der Hoffnung, dass sie auch wirklich korrektiv sind. Denn letztlich kann es natürlich sein, dass es auch starke Bewegungen nochmal gibt. Also die dann nochmal deutlichere Rücksetzer hier dann entsprechend dann bringen. Das ist gar nicht so unrealistisch. Ihr erinnert euch, wir haben gesagt, dass eigentlich nach diesem nächsten Ansturm, den wir jetzt hier haben, sehr realistisch eigentlich wäre, dass wir nochmal hier in diese blaue Kiste zurückgehen. Nämlich ganz einfach dieses Verhaltensmuster, was wir dann hier haben in der Korrektur. Also ihr seht, das Ganze ist ein Kommen und Gehen. Allerdings mit Ausrichtung nach oben. Also ein Walzer-Tanz, die ältere Generation, zwei vor, ein zurück so ungefähr, wenn es ganz eng wird auf der Tanzfläche. Naja, die Jüngeren wissen damit nichts mehr anzufangen. Aber trotz alledem, es geht zwei vorwärts, es geht ein zurück. Und solange dieses Verhaltensmuster bleibt, ist es ja immer noch eine Aufwärtsbewegung und ist die Welt ja noch in Ordnung. Jetzt ist noch die Frage, woher weiß ich denn, dass es nur ein zurück geht und dass es zwei nach oben geht. Naja, solange die Aufwärtsbewegung eben die dynamische ist, die scharfe Bewegung und die Abwärtsbewegung, die klassischerweise dreiwellige oder eben stark überschneidende Bewegung, haben wir beste Voraussetzungen, dass das eben nicht das Hauptziel der Bewegung ist. Also insofern, wenn die Rückwärtsbewegungen weiterhin korrektiv sind, im Größeren oder auch im Kleineren ist die Welt noch in Ordnung. Und wir gucken, dass wir das hier immer in den Nachmittags-Updates einigermaßen klassifizieren, indem wir einfach gucken, bleiben wir über gewissen Marken. So, gucken wir uns das Bild mal an, diesen Rücksetzer, den wir hier oben haben, das Ding, ihr erinnert euch an das, was wir da hatten. Gucken wir uns das mal hier im Viertelstunden-Chart an, im Intradate-Chart. Das ist zu wenig Korrektiv aus meiner Sicht. Deshalb ist meine Erwartungshaltung, dass wir in einer gewissen Pause sogar noch mal runtergehen. Deshalb kommen wir dann, wenn das alles so funktioniert, ungefähr in Richtung 16.100. Aber wie gesagt, 16.100 ist ganz klar über 16.000. Also auch diese Bewegung wäre jetzt nicht außergewöhnlich, wäre nicht kritisch, würde nicht das ganze Bild zerstören, sondern einfach nur diesen Anstieg, den wir haben, vorne seitwärts Korrektur. Hier die interne Bewegung, ebenfalls wieder vorne seitwärts Korrektur, hinten eine scharfe. Hier hatten wir eine Nummer größere Seitwärts Korrektur, würde ich hinten eine scharfe Korrektur erwarten. Scharfe Korrekturen haben häufig große Abstande zwischen den Hochs und gehen relativ steil. Seitwärts Korrekturen haben häufig ähnlich hohe Korrekturhöhen und gehen dann zwar auch nach unten, klar, muss ja eine Korrektur, muss ja irgendwie nach unten gehen, aber dementsprechend vermitteln sie den Eindruck, dass es eben über eine lange Zeit eher seitwärts geht, auch wenn er nachher noch mal teilweise runter geht, hier ja das Gleiche. Hier würde ich aber eine scharfe Korrektur typischerweise jetzt erwarten. Das wäre zumindest mal das Verhaltensmuster, was man normalerweise eigentlich als Daumenregel, und wir wissen, Daumenregeln sind nur so Überlegungen, die klassisch ganz gut hinhauen, aber eben keine Garantie sind, aber wenn dem so wäre, dann müsste das in etwa so aussehen und uns irgendwo in Richtung 16.100 bringen und dann wäre die Welt eben, wie gesagt, noch in Ordnung, weil wir immer noch über dieser Unterstützungsmarke sind, die wir dann hier haben, keine Überschneidung hätten. Es wäre also noch alles in Ordnung. Ihr seht also, ich bin noch nicht so sehr begeistert von Kaufen aktuell. Wenn das tatsächlich passiert, dann hätten wir noch mal die besten Chancen, dass es nachher noch mal nach oben geht. Vielleicht können wir dann morgen Nachmittag schon diese Marke ausmachen. Dafür brauchen wir noch das Zwischenhoch. Oder ihr seht es vielleicht selber, wenn der Kurs irgendwelche solchen Verhaltensmuster hat, dass die starke Seite hoch ist, die schwache Seite abwärts. Das wären dann neue Kaufgelegenheiten. Im Moment sehe ich die nicht. Im Moment sehe ich zwar kein schönes Verhaltensmuster hier, aber ein eben relativ starkes auf der Abwärtsseite. Ideal wäre jetzt ein bisschen Pause noch mal machen und sowas. Das wäre so mein Wunschszenario. Und wenn das möglichst korrektiv ist, ich zeichne das noch mal besonders dreiwellig oder mit mehreren, dann hätte man sogar hier noch mal ein Zwischenschort. Kann ich euch jetzt aber noch nicht zeigen, denn dieses Verhaltensmuster fehlt ja noch. Aber so habt ihr etwas zu tun. Vielleicht noch in den Abendstunden oder wenn ihr morgen früh irgendwie was seht, dieser Art, dann habt ihr eine Idee, dass ihr da noch mal ein Zwischenschort mit reinnehmen könnt, wenn ihr auf diesen kürzeren Ebenen unterwegs sein wollt. Insgesamt allerdings, wie gesagt, bleibt die Aufwärtsrichtung bestehen. Und vorrangig erstmal bestehen oberhalb der 16.000er. Es ist nicht zwingend eine Katastrophe, wenn der 16.000 durchstößt, aber das eröffnet dann halt schnell mal Potenzial auch wieder in irgendwas hier unten. Und ich sage mal, wenn man long ist, will man das idealerweise ja nicht sehen. Das heißt, man hat die Möglichkeit zu sagen, na gut, wenn das hier so ein Türöffner ist für den Bereich hier unten. Ich mache das noch mal, damit ihr den im Zweifelsfall mitlesen könnt hier so halbwegs. Also dann könnte man sagen, dann setze ich doch meinen Stop irgendwo knapp unter der 16.000. Dann hätten wir die Überschneidung. Das macht das Türchen hier auf und damit kann ich mir zumindest die nächsten paar hundert Punkte gegebenenfalls sparen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass das dann noch passiert, ist groß. Das heißt, ihr spart euch einerseits die Höhe und ihr spart euch einerseits die Dauer. Denn das wird ja eine gewisse Zeit lang dauern und könnt ihr in der Zeit mit dem Geld vielleicht andere Sachen machen, und andere Trades, andere Gelegenheiten nutzen im Markt. Da muss man nicht irgendwo sein Geld hier bunkern, auch mit der besten Hoffnung. Ja, steigt ja nachher wieder. Für Trader ist das verlorene Zeit. Die gehen dann halt lieber raus für einen Zeitraum und sagen, dann gehe ich halt später wieder rein, wenn er dann dreht. Aber Zeit tot zu schlagen ist ineffizient. Das denken zumindest mal Trader. Da unterscheiden sich die Investoren, die sagen, ach Zeit, was ist das? Ich lege das mal rein. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Das muss jeder selber wissen, ob er eher sich als Investor oder als Trader fühlt. Es hat beides seine gewissen Vor- und Nachteile. Aber wir betrachten das Ganze hier ja eher unter Trading-Gesichtspunkte. Sonst müsste man hier nicht jeden Nachmittag drüber reden. Das heißt, wie kann man hier zwischendurch gegebenenfalls nochmal was draus machen aus der Geschichte. So, also insofern, das Bild scheint dementsprechend besprochen. Jetzt gucken wir mal, was der Dow Jones macht. Ihr erinnert euch, ich hatte gestern eine Trading-Idee mal so in den Raum gestellt. Nicht ganz perfekt, weil das CRV nicht so super war, aber zumindest mal ein Gedanken wäre. Das heißt, wenn er das Zwischenhoch hier vom 22. Mai durchstoßen hätte, dann wäre das eine Long-Situation mit typischem Mindestziel hier. Vielleicht sogar Chancen auf mehr. Er hat es aber nicht nach oben durchstoßen. Ja gut, wenn er nicht will, dann muss er ja nicht. Also ist die Long-Seite hier jetzt erstmal erledigt. Das heißt, die Skizze kann ich jetzt rausnehmen. Ich lag also mit meiner Idee falsch. Also meine Idee war Long. Aber ich lag nicht negativ mit meiner Idee, denn es ist ja nichts passiert. Ich bin ja nicht mal getriggert worden. Das ist ein Vorteil der Trigger, dass man eben sagt, okay, wenn ich denn wirklich falsch liege, dann muss er ja auch mich erstmal reinnehmen in den Markt. Keine Sorge, das macht er trotzdem immer wieder. Also das schützt nicht davor, auch negative Trades zu haben. Ich möchte nicht, dass ihr den Eindruck habt, dass ihr selber immer positiv traden müsst. Und ich will auch nicht den Eindruck vermitteln, dass ich immer positiv trade. Nein, im Gegenteil. Viele, viele, viele meiner Trades sind negativ. Aber die Summe ist halt positiv. Und das macht das aus, was ein Trader eben macht. Also nicht die Fähigkeit, wenn ich mal richtig gut bin, dann mache ich keine Negativ-Trades mehr. Das sind aus meiner Sicht fromme Wünsche, die sich nicht erfüllen lassen an der Börse, die aber auch gar nicht notwendig sind für einen erfolgreichen Handel. So, aber lassen wir das mal außen vor. Dazu hatte ich vor kurzem ja ein Video gemacht mit dem Hinweis, was ein Trader wirklich macht. Vielleicht habt ihr schon gesehen. Ansonsten schaut euch das sehr, sehr gerne nochmal an. So, also das hat mir bisher nicht funktioniert. Jetzt ist die Frage, naja, aber Rüdiger, jetzt haben wir ja ein neues Zwischenhoch hier. Könnte ich denn hier jetzt vielleicht reingehen? An der Stelle long gehen? Denn die Abwärtsbewegung ist doch nach wie vor irgendwie korrektiv. Da müsste ich doch hier noch long gehen können. Und das ist tatsächlich eine meiner Überlegungen, die ich habe. Mein erster Test, den ich dazu mache, denkt ihr an die blaue Kiste, die ich immer mache. Das ist vom tiefsten Punkt gerechnet zum höchsten Punkt. Und das Tief hier, das darf nicht durchstoßen werden. Und es ist noch nicht durchstoßen. Er hat es berührt, aber für mich ist das noch in Ordnung. Jetzt könnte man noch gucken, machen wir Millimeter-Test. Das Tief ist bei 181 und die Rechnung ist bei 181,6. 181,6 gibt es nicht, also ist es 101, also weil der Index nur ganze Zähler hat hier. Also ist es 181 und 181 ist nicht durchstoßen. Also insofern ist es für mich noch in Ordnung, wenn aber auch knappst. Also wer jetzt sagt, nee, ich hätte da jetzt aufgerundet, es ist 181 ist 181,6. Ja, der ist dann halt raus aus dem Gedanken. Und das könnt ihr dann handhaben, wie kritisch ihr das sehen wollt. Aus meiner Sicht ist das nicht kriegsentscheidend. Denn für diesen einzelnen Trade, und da seht ihr das wieder, für diesen einzelnen Trade ist das entscheidend, ob ich den jetzt noch akzeptiere oder nicht. Aber wenn ihr 100 Trades macht oder eine Vielzahl, eine große Anzahl von Trades macht, dann spielt das nicht die große Rolle, ob ihr das jetzt auf- oder abrundet an der Stelle. Ihr werdet in einzelnen Fällen das so oder so erleben, aber die Gesamtzahl der Trades wird ein wenig abweichendes Ergebnis dann eben entsprechend haben. Also aus statistischen Gründen ist das nicht so richtig kriegsentscheidend. Mein Tipp allerdings von Trader zu Trader, macht eine Regel, die ihr da anwendet, damit ihr nicht jedes Mal, mache ich das jetzt? Naja, ich glaube hier mache ich das jetzt nicht. Und dann ärgert ihr euch. Na, hätte ich mal doch in diesem Fall anders entschieden. Macht da eine Regel und wenn ihr es durchstoßen habt, dann ist es ja keine Situation mehr. Dann ist es auch egal, dann ist das eure Regel. Es hilft eurer Emotionen sehr. Zumindest ist es meine persönliche Erfahrung oder auch bei mir im Team, dass das eine unheimliche Vereinfachung ist, wenn man sagt, nee, wir haben hier eine klare Regel. Ja, dann liegt es ja nicht mehr in meiner Hand. Dann ist es halt die blöde Regel, wer auch immer die aufgestellt hat. Aber es ist dann halt so, dass man emotional weitaus weniger involviert ist. Ihr wisst, meine blaue Zone, wo der Kurs gerne dreht, ist das. Er hat schon ein bisschen unterschritten. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit für dieses Bild ist schon reduziert, aber sie ist immer noch da. Also dafür ist das zu deutlich hoch, zu wackelig runter. Aber sie ist schon angegriffen. Aber zur Not wäre da, was heißt zur Not, aber es ist immer noch in Ordnung, weil das wackelig hier nach unten geht. Das heißt, das Hoch hier ist bei 33.480. Das heißt, das Hoch ist bei 79. Das ist der Future jetzt hier, wenn ihr irgendwelche anderen Kontakte handelt, müsst ihr es gegebenenfalls selber nochmal gucken. Das ist das nächtliche Zwischenhoch heute Morgen, also heute Nacht quasi. Das Hoch hier wäre dann der entsprechende Trigger. Wenn der Kurs das durchstößt, wäre die Idee, naja, das, was wir hier vorne hatten als erste Bewegung, dann das hier nochmal hoch. Das hieße, Einstieg hier, Target hier und jetzt den Stop, den machen wir jetzt hier nochmal weg. Die Marken brauchen wir nicht. Wir haben es ja hier aktenkundig gemacht mit der blauen Zone hier. Der Stop, den berechnen wir in diesem Fall vom tiefsten Punkt hier bis zu unserem Einstieg hier. Und dementsprechend, diese Marken brauchen wir nicht mehr. Hier die 78er. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin total verwirrt, ihr könnt den Stop auch hier hinlegen. Aus meiner Sicht muss es aber nicht auf dem Tief hier sein. Denn die gleiche Regel, die ich hatte, dass der Kurs eigentlich nicht mehr hier runter und da hoch geht, also die hatte ich eben hier erwähnt, wenn er da drunter geht, ist der Aufwärtsarm viel, wird immer weniger wahrscheinlich. Irgendwo muss man die Grenze setzen. Das ist in gewisser Weise willkürlich, dass wir jetzt genau sagen, 78,6. Aber irgendwo muss ich sie setzen. Aber nur, dass ihr so ein Gefühl habt, die Wahrscheinlichkeit, dass das noch passiert, wenn er da drunter geht, liegt schon unter 10%. Also ihr seht, die ist auch da nicht viel höher. Aber sie nimmt schlagartig deutlich weiter ab, immer weiter ab. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht sehr, sehr hoch. Allerdings ist dann die Wahrscheinlichkeit, getriggert zu werden, also hier long reinzukommen, auch nicht mehr besonders hoch. Also insofern könnte man diesen Versuch wagen. Was ich nicht machen würde, pauschal an der Stelle jetzt einfach long gehen und sagen, ah, wird schon. Das ist aus meiner Sicht nicht die smarteste Idee. So, ich habe es euch genannt, hier 33.247. Das ist von diesem Tiefpunkt gemessen bis zum Entry. Fibonacci-Marke 78,6. Und dann habt ihr hier entsprechend einen Rücksetzer, der in dieser Größe ist. Und das wäre ebenfalls eine sinnvolle Stop-Marke für diese Idee. Und wenn der Kurs nochmal nach oben geht, ist das eine Möglichkeit, die man haben kann. Und ihr seht, wir haben nicht ganz ein 2 zu 1 Verhältnis. Aber das ist ja einmal das Risiko, wenn ich das hier gucke. Also es ist leider nicht ganz 2 zu 1, aber es ist okay. Und wenn der Markt nach oben kommt, ich würde in dem Fall auf jeden Fall sagen, nimmt man noch irgendeinen Trailing-Mechanismus mit. Das könnte zum Beispiel im 4-Stunden-Chart, das ist ja jetzt hier ein langweiliger 4-Stunden-Chart, das könnten zum Beispiel diese Parabolic-SAR-Punkte sein, dass man einfach sagt, ja, ich mache mir das Leben einfach. Immer wenn ich so einen Punkt kriege, ziehe ich den Stop entsprechend der Punkte ein bisschen hinterher. Und damit reduziere ich das Risiko hoffentlich schnell genug, dass der Kurs ein bisschen noch weiter nach oben geht. Vielleicht erreicht er nie das Target. Das ist durchaus denkbar. Aber die Punkte sind dann wahrscheinlich schon schnell in der Nähe meines Einstiegs oder vielleicht sogar schon höher, so dass ich was mitnehmen kann. Dazu habe ich mal einen extra Video-Beitrag gemacht. Guckt euch den an, wenn ihr das gerne wollt. YouTube hat ja alles immer parat. Da werdet ihr das in meinem Kanal dann ebenfalls finden. Wenn nicht, vielleicht wisst ihr aber auch mit den Punkten schon was anzufangen und könnt damit umgehen. So, also insofern, das ist schon eine Trading-Möglichkeit. Es ist von meiner Erwartungshaltung, weil er so tief runtergegangen ist, nicht ganz so schön. Ich hätte es besser gefunden, wenn er hier dann schon sein Tief gefunden hätte und da was getriggert hätte. Aber es entspricht voll den Ideen für die Aufwärtsseite. Wenn er also da nach oben drüber geht, dann scheinen die Marktteilnehmer ja doch noch wieder Lust zu haben. Insgesamt bin ich so ein bisschen zerrissen. Viele von euch wissen das. Eigentlich müsste er noch mal in die Kiste. Die habe ich jetzt allerdings blöderweise eben gerade weggelöscht. Aber ihr erinnert euch, ich hatte gestern, nicht gestern, die Tage häufiger mal, quasi hier so eine Kiste. Ich male die jetzt mal so aus Erinnerung. Das ist knapp unter diesen Tief. Da müsste er noch mal tiefer gehen. Vielleicht holt er sich das Tief erst noch mal und geht danach erst nach oben. Fände ich nicht schlimm, dann würden die Trigger für die Longseite da sein oder eben auf einer kleineren Ecke. Das sprechen wir. Also wenn er wirklich runter geht noch mal, dann haben wir morgen genügend Zeit, diese Marke noch mal genau zu erklären. Also wenn ihr sagt, zeige ich mir die genau. Das ist das Zwischenhoch vom 19. Mai. Könnt ihr schon mal selber ein bisschen gucken. Aber das kann ich euch dann in Ruhe beim nächsten Update morgen dann zeigen. Denn dafür müsste der Kurs ja noch mal runter gehen. Das wird ein bisschen Zeit dauern. Falls er jetzt schon sofort hoch geht, kann ich mir auch vorstellen, auch das Momentum scheint ja so ein bisschen, mal gucken, vielleicht geht es jetzt in den Dreh. Also es ist nicht zwingend, dass er da reingeht. Das wäre halt das schönere Bild, unter die 33 noch mal zu gehen. 33.000, noch mal so ein bisschen zu gehen, 33.000, 32.600, notfalls 800, irgendwie sowas in die Richtung. Würde mich gar nicht wundern. Wenn das tut, ist super. Anschließend dann sehr realistische Chance für weiter nach oben. Aber das werden wir dann mal sehen. Einige haben auch in den Bezug reingebracht, machen wir mal was Fundamentales mit rein. Ja, aber wie sieht es denn aus, wenn die sich nicht einigen in Amerika mit der Schuldenobergrenze? Also aus meiner Sicht ist das nicht das Problem. Die werden sich natürlich einigen. Das ist immer so gewesen. Das ist das nicht das erste Mal, dass sie streiten. Das sind dann so das große Gespenst. Ja, wenn die sich nicht einigen, dann geht Amerika pleite. Ja, jeder kann mal einen Traum haben oder einen Film machen. Aber das ist nicht das, womit wir rechnen müssen. Es gibt aber zwei Effekte, die eine Rolle spielen. Nämlich Punkt eins ist, sie einigen sich lange nicht. Dann wird das eventuell eine Verschiebung des Etats werden, dass dann McCarthy sich durchsetzt und Punkte reinbringt in den Haushalt, die die Demokraten nicht so gerne drin hätten. Was auch immer das bedeutet. Ich will das nicht bewerten. Wir wissen ja noch nicht, was es im Einzelnen ist. Aber denkbar wären solche Punkte, dass es eben eine Verschiebung dann gibt. Ja, okay, wir stimmen zu, aber dann müsst ihr das so und so machen. Vielleicht werden einige Branchen davon profitieren, andere möglicherweise nicht. Ein zweiter Effekt wird sicherlich sein, na ja, wenn es dann so weit ist, dann muss das Geld ja irgendwo herkommen. Und das passiert gerne mal dann über Schulden, die gemacht werden können. Und diese Schulden werden gerne aufgekauft. Wir wissen das, Anleihen vom Markt. Das heißt, es wird eine Summe ausgerufen von, wenn ich das richtig im Kopf habe, 1,2 Billiarden US-Dollar. Das ist eine Hausnummer. Wenn die aber wirklich aufgekauft werden vom Markt, dann wird sie möglicherweise das Geld dem Aktienmarkt entzogen. Also das ist durchaus möglich, dass wir Druck haben, unabhängig davon, ob da eine Einigung gefunden wird oder nicht. Denn wie gesagt, selbst wenn sie sich einigen, kommt das Geld ja in den Markt sozusagen oder wird dem Markt entzogen, so muss ich sagen, die Idee. Die Schulden kommen, werden erstmal raus ausgegeben, also in Anleihen. Und das kann durchaus für einen gewissen negativen Effekt nochmal sorgen. Vielleicht drückt das den Markt darunter. Allerdings, wenn man ganz ehrlich ist, das ist jetzt auch nicht so eine Überraschung. Also, dass man jetzt sagen kann, nee, 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 das ist jetzt ganz anders. Also ich vermute mal, das ist sehr stark im Markt schon eingepreist und dementsprechend jetzt auch nicht so etwas Atemberaubendes, aber man sollte das vielleicht im Hinterkopf haben als Beobachtung. Insgesamt aber, ob mit diesem Rücksetzer oder dass er direkt nach oben geht, ich sehe beim Dow relativ gute Chancen, dass es da noch ein gutes Stück weiter hoch geht. Der S&P, ja, nach wie vor, auch in einer Aufwärtsbewegung, also was soll ich hier über Abwärts reden, es ist halt eine Aufwärtsbewegung hier ebenfalls, solange es noch so schön korrigierend ist hier, das Doofe ist, da kann ich nicht so schön Trade raus formulieren, mit meinen Gesichtspunkten. Vielleicht habt ihr einen anderen Handelsansatz, dass ihr sagt, naja, aber wenn ich jetzt hier eine Wendekerze sehe, beispielsweise, dann schlage ich da zu, oder wenn meine Indikatoren, also welche auch immer ihr dann auswählt, mir hier ein Long-Signal geben, im Moment ist diese Abwärtsbewegung, die ich so nicht nochmal reinzeichnen wollte, ist diese Abwärtsbewegung, macht einen klar korrektiven Eindruck, das heißt, wenn sich irgendwie abzeichnet, dass der Kurs nicht so arg da drunter durchgeht, auch das idealerweise nicht mehr durchstößt, das ist so ungefähr die Zone, 4.160, so in der Richtung, 70, irgendwie sowas in die Richtung, wenn wir sehen, dass der Kurs da eigentlich nicht mehr durchgeht, 80, der fängt das so an mit der Unterseite des Trendkanals, und er irgendwelche Ambitionen hat für Long, ja, dann wäre die Trendrichtung weiterhin nach oben. Allerdings, wenn er diese angreift, dann werden auch irgendwann diese Marken fällig, und dann wird diese Marke möglicherweise fällig. Also dann seht ihr, das würde auf jeden Fall Druck erhöhen, aber solange wir oberhalb der, was habe ich gesagt, ich sage mal ungefähr 4.160 bis 80, 80 deshalb aus diesem kleineren Trendkanal, da seht ihr, das ist dann hier schon relativ dicht, 70, 60, das sind dann hier diese, diese mehreren Hochs, die wir hier haben, 75 ist hier, naja gut, das seht ihr ja selber im Chart, 5. Mai aufwärts, 4. Mai ist das tief, alles was da dazwischen hoch sind, die sind eine gewisse Unterstützung, nur wenn wir da wirklich durchgehen, also besser wäre es, wenn er oberhalb bliebe, aus bullischer Sicht. Aber für mich ist das kein konkretes Longsignal, das heißt, da bräuchtet ihr jetzt irgendwie was extra, eine Kerzenformation, ein Indikatorsystem, keine Ahnung, irgendein Volume Spike, der irgendwie eine Wende hat. Eine andere Alternative ist, was ich gerne dann mache, ist, im Zweifelsfall auf einer kleineren Ebene gucke, 5 Minuten Chart, kriegen wir hier schon was, was gut aussieht. Na, so richtig doll ist das noch nicht, gut, ich habe hier ein Bornbar, das soll euch nicht stören, das war ja schon hier auf dem Weg nach oben, aber es könnte ja sein, dass er vielleicht jetzt geht er auch nochmal einmal runter, das ist nur ein Angebot jetzt, und danach macht er das auf der kleinen Ebene, dann haben wir hier wieder genau das, was wir eben beim DAU angesprochen haben, eine starke Bewegung, eine Korrektivbewegung in die mittlere Zone, da erzähle ich euch ja nichts Neues mit, und das wären dann mögliche Trigger, um es zu versuchen auf der Long-Seite, um das übergeordnete Bild dann noch ein bisschen mitzuspielen. Wie gesagt, wenn ihr diese Marken durchstößt, denkt dran, beim DAX habe ich euch auch ein paar interessante Marken genannt, dann sieht das erstmal doof aus, da müssen wir uns neu zusammensetzen, und überlegen, was wir damit machen. Also wer Hardcore eng stoppen will, hat hier die Marken, so ähnlich wie die DAX, 16.000er Marke beispielsweise, auf dem Index war das. Hier sind es die Future Analytics. So, gucken wir Nasdaq noch zum Schluss an, der hat das Hoch ja hier überschritten, nochmal ganz kurz zum gemeinsamen Freuen. Aufwärtsbewegung immer noch, ich sehe im Moment noch nicht wirklich Druck, was das hier angeht, in der Aufwärtsbewegung, im 4-Stunden-Chart, im 5-Minuten-Chart allerdings, müssen wir uns mal angucken, was haben wir da? Das ist schon eine relativ deutliche Bewegung. So, bevor ihr jetzt aber in Panikmodus verfeilt, und sagt, ach du Schande, das ist ja ganz hässlich, das ist noch kein Drama. Profis unter euch wissen, es gibt diese Bewegung, als erste Bewegung, dann kommt eine Pause, und danach geht es nochmal runter, das ist der Drama-Modus, nicht Drama, es geht hier um vielleicht ein paar hundert Punkte, unter Umständen, aber im Gesamtbild ist das immer noch nur eine normale Korrektur. Aber für euch Intraday-Händler, ist es vielleicht aber interessant, passiert das jetzt? Und das hängt jetzt enorm davon ab, was hier jetzt in dieser Kiste stattfindet. Warum? Denn dieses Verhaltensmuster kann auch die letzte Welle einer Korrektur sein, und zwar nur einer einzigen, und das ist eine Seitwärtskorrektur namens Flat. Dann müsste die vorherige Bewegung korrektiv sein, naja, würde man wohl so sagen, diese Bewegung, die mittlere, müsste korrektiv sein, jawohl, ist sie, die hat so viel Überschneidung, kann nicht anders. Und hier hinten nochmal ein Impuls, viele von euch kennen das. Vereinfacht ist das so, eine Bewegung ist ein Flat. Das hatte ich ja zum Beispiel, das wundern sich viele immer noch, so von, ja, hast du nicht von 8000 Mal gesprochen? Ich kriege das immer, das hört sich dann immer vorwurfsvoll an. Jetzt ist der Kurs aber bei 16.000, lag ja völlig falsch. Ja, es ging ja nicht darum, dass er jetzt auf die 8000 runtergeht. Das ist häufig eine Fehleinschätzung, dass man sagt, man nennt mal eine Marke, und, ja, dann muss ich jetzt kaufen, weil er hat die Marke genannt, denn da geht der Kurs hin. Ihr dürft nicht vergessen, ich bin Händler. Das heißt, ich muss gucken, wie geht er da hin? Ich gehe ja nicht deshalb jetzt rein, auf gut Glück, und sage dann, ja, dann geht er da jetzt direkt, auf direkten Weg hin, das ist total fahrlässig. Also, ich kann mir kaum vorstellen, dass das jemand sich vorstellt, dass das ein professioneller Handelsansatz ist, zu sagen, naja, gut, ich rufe mal eine Marke auf, jetzt kaufe ich halt einfach. Da ist ja überhaupt kein Risikomanagement, nichts mit dabei. Es ist komplett ineffizient, so zu handeln. Also aus meiner Sicht, also ein Trader macht das zumindest mal nicht. Investor, da bin ich nicht Profi genug, muss ich ganz klar sagen. Aber ich glaube auch nicht, dass Investoren so unterwegs sind, auf diese Art und Weise. Aber das kann ich nicht gut genug beurteilen. Ich bin ganz klar auf der Händlerseite und nicht so sehr auf der Investorseite. Ein Händler allerdings, der macht das nicht, denn die Frage ist, es ist schön, dass ich das hier genannt habe, zum Beispiel jetzt hier irgendeine Preiszone. Jetzt ist für mich aber die Frage, geht er so hin? Geht er so hin? Geht er so hin? So, das heißt, ich muss jetzt, wenn ich dieses Ding genannt habe und weiß, okay, ich habe jetzt ein konkretes Ziel, an welcher Stelle falsifiziert sich das? Also wann ist das ungültig? Das könnte, ist nur mein Beispiel, wenn er diese Marke durchstößt. Das ist super, weil dann habe ich eine konkrete Stopp-Marke. Nun erreicht er das vielleicht nicht. Das Tolle ist aber, ich kann ganz genau meinen Trade dementsprechend dimensionieren, weil ich weiß, an welcher Stelle was passiert. Ich will nicht so sehr ins Theoretische kommen, das ist hier am Nachmittagsvideo nicht ganz so, oder Index-Update nicht ganz so passend. Aber ich möchte, dass all diejenigen da draußen, die hier auch mal reinschnuppern in die Videos und es tatsächlich bis jetzt geschafft haben, drin zu bleiben, dazu zu animieren, nicht einfach zu sagen, na gut, dann kaufe ich jetzt einfach, wird schon gut gehen, sondern tatsächlich zu sagen, na gut, passt auf, es ist entscheidend, welche Wege er auf dem, oder welche Bewegungen er auf dem Weg macht. Deshalb ist das Nennen der Marken für Einstiege, aber auch für Ausstiege so enorm wichtig. Also berücksichtige ich das entsprechend mit. So gut, also insofern, wenn der Kurs jetzt hier wackelig hochkommt und nochmal, nochmal einmal mehr, so in die Mitte hier rein, wenn ihr die Mitte nicht wisst, dann messt ihr vom höchsten zum tiefsten Punkt. Wenn er da reinläuft, dann habt ihr eine Idee, dass die Unterseite, zum Beispiel dann diese Marke, ein Zwischenschort nochmal ermöglicht. Geht er in diese Zone, eher in diesem Sinne, Schub, Pause, Schub, Pause, Schub, idealerweise überschneiden die sich nicht mal, dann ist die Abwärtsseite sowas von uninteressant. Dann wird es nach einer etwas größeren Korrektur hier relativ realistisch weiter nach oben gehen. Im Moment wissen wir das nicht. Wir wissen, dass klassischerweise an solchen Überschießungsmarken der Kurs erstmal in eine Pause geht. So ähnlich wie der DAX jetzt aktuell, das kann ihm auch jetzt drohen. Ich vermute also, dass das Korrektiv hoch geht, aber das ist eine Rumgerate. Aber wenn ich das sehe, weiß ich, ich suche auf der Short-Seite. Sehe ich hier einen Impuls, suche ich auf der Long-Seite. Nach der nächsten Korrektur habe ich meinen nächsten Einstieg. So, in diesem Sinne, jetzt habe ich alles genannt mit einschließlich Trading-Ideen. Jetzt war es sogar noch eine halbe Stunde lang. Oh Gott, oh Gott, so lang. Trotzdem schön, dass ihr mit dabei geblieben seid. Euch alles Gute und viel Erfolg.